wir haben die schanze der spaltung eingenommen bzw vernichtet oder was auch immer ein gefängnis für die soldaten des UNSC von den verbanden und jetzt hätte ich gesagt wenn wir den spartankern hier wir werden da ein bisschen abgrasen und dann auch diesen trupp das sicher nicht das sicher nicht aber diese spartankerne und dann werden wir uns noch wir werden hier uns jetzt einfach mal durch ackern an dieser stelle an diesem gebiet hier sammelgegenstände gebiet was auch immer für ein gebiet ja genau das machen herzlich willkommen zurück das ist halo infinite ich bin euer keller vater schön dass ich wieder da bin jetzt geht's ab also courier nummer eins dazu müssen wir gerade mal 400 meter darüber das geht wir sind relativ gut ausgestattet mit ausrüstungstechnisch das passt unsere menschenwaffen ich bin halt immer der fan von der menschenwaffe gewesen von den kinetischen waffen wie sie sie nennen ähm ja es gibt schon einige allianz waffen die auch ganz cool sind auch die hartlicht waffen von den prometheanen falls es die gibt zumindest habe ich gesehen hey ist das einer von uns hallo was machst denn du da ist super cool ach ja schau schau ein weiterer druck ruft um hilfe chief wir dürfen sie nicht hängen lassen ja haben wir schon mal einen direkt schön aus der ferne erwischt so macht spaß so wollen wir unsere erste teufelchen und dann hat er auf mich der chief hat einen lauf naja wow das kann auch nicht sehr sehr easy bitte gerne sind wir es alle feinde erledigt ich glaube wir sind sicher die haben gut gekämpft nicht wahr das ist wohl wahr also die marine technisch sind es ziemlich die was ist denn das bitte tapferkeit haben wir dafür bekommen was ist das ein skewer relativ wenig munition aber probieren wir mal raus wieso auch nicht ich habe zwar gesagt menschenwaffen sind geil aber man muss ja auch nein weißt du was da nehme ich lieber das scharfschützengewehr ich bin eher der scharfschütze deshalb scharfschützengewehr cool so nächste truppe freit wir gehen zum spartenkern wir gehen zum spartenkern Zeit ist zurück zu holen genau ihr habt mal wieder wunderbare sprecher hier engagiert das coole ist ich kann mit ihm einfach runterspringen ohne dass irgendwas passiert also außer dass man halt runterspringt das muss ein bisschen mehr aus dem lauf gehen in zukunft ach sparkenkerne die machen spaß vor allem jetzt haben wir einen richtig guten schild jetzt können wir uns dann für die greifhaken verbesserung anstellen ich glaube wir können ihn jetzt schon verbessern sogar wenn ich jetzt so drüber nachdenke wir haben keine verbesserung hier gemacht bis jetzt greifhaken betäubt erfasste gegner für einige sekunden unbedenkt reduziert die abklingzeit das ist das nächste das ist wirklich wichtig verbessere greifhaken jawohl mein hund ist fast klinisch tot wir haben heute zweimal vier kilometer gemacht und deshalb auch erst zwölf wochen halt aber richtig brav heute das muss man ihm wirklich lassen vor posten echo der gehört uns ach die musik ist immer so schön trupp blubel 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 wie auch immer der ist da drüben ok da war ich jetzt fast schon falsch herum geeiert wie kann man eigentlich jetzt das frage ich mich nämlich wirklich gerade wie kann man hier noch etwas mehr so nicht so ok das ist nice also das linken stick reindrücken dann wechselt man die zogen stufen wir haben acht schuss ok wir haben acht schuss oh schau mal das ist fast schade drum kontrollpunkt gespeichert das ist ja zu nett fast schon heilige zwei landungsschiffe gleich ok die machen ja alles ohne uns wie es ausschaut wow das war ein kopfschuss wow das war ein kopfschuss aha hier sind noch welche ich lenke mal das feuer auf mich eliminierung bestätigt super der feind bekommt verstärkung noch mehr verstärkung noch mehr das ist richtig der grunt ist wirklich tot der grunt ist wirklich tot die ärgsten sind eher gut alle verbanden eliminiert der trupp hat es geschafft dank ihnen bulldog ist die schrot und da haben wir den spanker spanker witzig ok ah ja munition da auch nochmal munition yes ich überlege gerade die verbanden ausgangsstädte untersuchen wäre ja unser nächstes ziel so so ist es ich gehe voran das ding ist halt wir machen da doch noch etwas fertig vor allem wie wäre es mit diesem ziel hier den ignovus einer der erfahrensten mitglieder der verbanden ignovus allianz jericho zahlreiche städte menschen nachgiebig dezimiert modifizierte skewer die akte des ziels können in der datenbank angesehen werden wir nehmen das schauen wir ob wir das halbwegs packen da müssen wir aber dafür hier müssen wir rauf dafür komm du schon bewegung mir da bewegung sagen gell ja schade dann werden wir versuchen auch mit dem scharfschützengewehr hier ein bisserl dampf zu machen ja so gefällt mir das da über den berg gleich selbst deshalb das ist jetzt unter strom und das ist dann der schock den die gegner erleiden das ist nicht schlecht würde ich behaupten das ist echt nicht schlecht von einer höheren position aus auf den gegner zu stoßen zum gegner zu stoßen das kann das kann hilfreich sein ach achtung der verschlinger ist in reichweite er heißt so weil naja er ist ein brut sie können es sich denken gefährlich trifft es bei dem typ nicht annähernd seien sie auf der hut ich habe nichts mehr aber ich kann mir dein scharfschützengewehr nehmen und das war es auch schon mit igno rüs ziel eliminiert erledigen sie die crew jawohl cortana 2 cortana 2.0 0 oh genau das vergess ich ja auch immer dass diese teufelchen von scharfschützengewehr überhitzen können Okay, eliminieren wir die Crew. Ah, da ist ja nichts mehr. Verdammt, hoffentlich hatte ich einen Kontrollpunkt. Hoffentlich hatte ich einen Kontrollpunkt, ich war jetzt zu gierig, zu übermütig. Okay, ja, ich hatte einen Kontrollpunkt. Ich mache jetzt mal vorher ein paar fertig, bevor wir da jetzt runter gehen. Ach, selbst wo? Okay. Wo ist es? Nimm nur, nimm selbst. Nimm deine Medizin selbst. Ah, schau, schau. Achtung. Haben wir ihn? Wir haben ihn nicht. Passt. Das dürfte es jetzt gewesen sein, oder? War es das? Nein, das war es noch nicht. Gut, jetzt aber. Sehr gut. Und wenn die Akte über ihn stimmt, ist das eine verdammt gute Sache. Schon an ihn zu denken ekelt mich an. Deshalb lasse ich das lieber. Ich mag sie. Ich mag sie. Ich mag sie. Sie ist fast noch volatiler Skewer freigeschalten. Juhu, den können wir jetzt an jedem Vorposten uns aneignen. Ich schau da Richtung Turm, deshalb. Okay, alles klar. Da wäre noch ein Spartankern. Den holen wir uns doch glatt. Der ist hier. Super. Es geht da hin, es geht da hin, Leute. Der ist halt ein bisschen eine Nebensachen-Episode. Aber gerade Spartenkerne, sage ich mal, sind sicher nicht schlecht, wenn wir uns die holen. Wenn wir uns die holen, Alter. Mein Deutsch ist nicht die Yellow from the Egg. Probieren wir das mal. Oh, das ist gut. Das funktioniert. Gut. Sicher, irgendwann sicher. Mhm. Da sind nicht mehr viele übrig. Die lieben Grunts. Die sind ja wirklich süß. Ich höre einen Audiolog. Das ist schon mal gut. Oh, wow. Was hast denn du da für eine Waffe? Ein Wächterstrahler. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Spartankern. Nice. Ja, das ist ja eine Halo-Installation, also. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Gut, wir haben Spartan. Wie viele Spartankerne haben wir? Einen. Okay, einer ist zu wenig. Wir brauchen dann zwei später. Gehen wir mal diese, den Trupp Pyramids holen wir uns jetzt. Also nicht wir holen ihn uns, sondern wir retten ihn. Wir holen uns jetzt mal einfach die Säcke, die ihn da belagern. Belagern. UN ist die Notsignal. Keine Reaktion auf meine Rufe. Sehen wir uns das mal an. Jawohl. Ich mag sie. Schade, dass sie nicht mehr die gleiche Sprecherin bekommen haben für Cortana. Beziehungsweise für Cortana 2.0. Ja, schau, schau. Ich muss irgendwie rüberkommen. Ich bin zu direkt rein. Viel zu direkt. Okay, aber wir haben einen guten Ausgangspunkt. Ich glaube das ist ein Ghost. Kann das sein? Oh ja, das ist ein Ghost. Die mag ich gerne. Die Teile. Okay. Schade. Das war jetzt nicht das, was ich vorhatte. Ich frage mich nur gerade. Okay. Das ist einfach eine... Oh Gott. Geht das? Ich hoffe es funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Gut. Ja, tue ich. Gut. Next one. Next one. Okay, das war's. Ich hör doch was. Ah, hier. Schau. Die Zeit muss sein. Okay, warte mal. Da ist ein Scharfschütze. Die müssen wir als erstes ausschalten. Hilft nix. Gut. Die muss ich mir dann mal in Ruhe anhören, die ganzen Audio-Logs. weil ich muss sagen, ich widme denen jetzt nicht wirklich viel Aufmerksamkeit. Okay. Noch mehr Verbannte. Okay. Noch mehr Verbannte. Okay. Okay. Beschuss, ja. Okay. Beschuss noch mal. Gut. Ich liebe meine Marines. Die sind ja Wahnsinn. Die sind echt Wahnsinn. Oh ja, das tun sie. Wow, das hat lange gedauert, bis es explodiert ist. Okay. 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 Die Kommando. Also wir haben eigentlich noch genug Munition überall. Das passt soweit. Ach ja, das gute alte Raketenwerfer. Mit dem lässt sich's auch leben. So, eine Sache machen wir noch. Und das ist den nächsten Trupp hier befreien. Den Indiana. Den befreien wir hier noch. Und dann geht's direkt in die Hauptmission, soweit ich das jetzt richtig deute. Gut, das funktioniert schon mal recht gut mit dieser Springerei. Das macht mich doch fast schon glücklich. Oh ja, ich freue mich schon, wenn ich den nächsten Spartankern bekomme und dort in dem Spartankern, wenn es dann heißt Hey! Du hast 40% weniger Ab- oder Ackingzeit, ja. Yes! Hi! Wow! Wow! Ich vergann der Türme. Theoretisch muss ja ein Halo IMMER Sonne haben, oder? Ah, das ist die Nacht, wenn die Sonne hier vorbeizieht, jetzt haben wir's. Tut's. Ist zwar ein bisschen schade um meine Munition, aber tja, was willst du machen? Das ist ein bisschen reingeklitscht. UNSC Notsignal geortet. Der Trupp ist in der Nähe. Von der Seite. Okay, Scharfschützen 2 ausgeschaltet. Das ist gar nicht so schlecht. Achso, jetzt habe ich ja die Pistole. Wow. Keine Chance gerade. Keine Chance. Komm, gib mir ein Schild. Oh, gib mir ein Schild. Alles klar. Hey, da ist ein Scharfschütze. Oh Gott. Ich... Ah, komm nicht weg. Wieso komm ich nicht weg? Fuck. Okay. Scheiße. Mann. So einen schönen Lauf hätte ich gerade gehabt. Gut, der ist tot. So. Die schweren sind mir mal weg. Okay, ich habe keine Munition. Fast null. Schade. Wow. Unsere Marines sind so gut. Es ist Wahnsinn. Die sind weit nicht mehr so unfähig wie früher. Juhu. Sie haben viele Leben gerettet. Die Marines schulden ihnen etwas. Und dafür auch einige genommen. Troop Indiana. Supergut. Supergut. Partikelschwert. Auch schon lange nicht mehr benutzt. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben hier in dem Bereich schon so gut wie alles gemacht. Ja, diese Mjölnir-Blödsinnigkeit. Die sparen wir uns natürlich. Ja, dann machen wir uns doch auf den Weg zu diesem Vorposten hier. Zum Vorposten Charlie. Das ist das nächste. Nach dem Cut. Opfer bis zum Vorposten zu einem Ausdoltener. Vielen Dank.